Hallo Sascha. Servus. Heute schon mal geflirtet? Nein. Wovor hast du Angst? Nichts. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebst du Pablo? Millionen. Warum? Die Liebe meines Lebens. Wer ist der beste Dartspieler im Team? Ich denke, wir sind alle auf seine Weise gleich gut. Hast du schon mal ein Kleid getragen? Einmal zu Faschinger. Wie beendet meine Beziehung? In einem Gespräch. Welchen Song singst du unter der Dusche? This is how we do it von Montel Jordan. Mach mal. Also komplett kann ich. This is how we do it. It's Friday night and I feel all right. The party's here on the west side. So I reach for my body and I turn it up. That's it. And the driver take the keys to my truck. Get the show cause I'm fading. Honey's in the streets ain't money or we made it. It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys in Knall over gang bang is forgotten about the driver. Noch mal? Was so? Okay. Wiederhole dreimal in Folge. Als Anna abends Ananas ass. Ass Anna abends Ananas. Wer wärst du gerne für einen Tag? Ich in einer noch krasseren Version. Sprich den Satz Schau mir in die Augen Kleines und schau dabei verführerisch. Schau mir in die Augen Kleines. Bad News. In zwei Stunden geht die Welt unter. Was machst du dann? Zu viele krasse Ideen. Kann ich auf die schneller net sagen. In welcher Situation wärst du gerne eine Frau? Weiß ich net. Ich war ja noch nie eine. Was soll dir deine Traumfrau mitbringen? Auf jeden Fall Humor und über sich selber lachen können. Fußball oder American Football? Natürliches Zweite. Wenn du eine Frucht wärst, welche Frucht wärst du? Granatapfel. Warum? Weil man es vielseitig einsetzen kann. Essens technisch. Erzähl mir eine lustige Story von deinem Hund. Ne, die wollte ja nicht wissen. Da ging es um eine Mädel, die auf meiner Couch war. Aber weiter gehe ich da nicht drauf ein. Welchen Körperteil von dir würdest du gerne austauschen? Keinen, sonst bin ich ja nicht mehr ich. Wann hast du zuletzt geweint? Vor zwei Monaten. Wie viele Monate haben 28 Tage? Eins. Februar. Barbäre sind nicht die schlauesten. Klischee oder Wahrheit? Und was ist Klischee? Ja, ne, keine Ahnung. Denke vorteil. Ganz normal. Also hat nichts zu sagen. Oder was war die Frage nochmal? Danke, Sascha. Bitte, bitte. Vergleich? Du schlauigst!